Grüß Gott, mein Name ist Peter Kuhn, ich bin der Geschäftsführer von Bildungsbetrieb.de. Ich möchte Sie einladen zu unserem Seminar vom E-Learning zum E-Learning 2.0 am 25. September in Würzburg. Unsere Referentin an diesem Tag wird Frau Sylvie Rumler sein. Sie ist seit vielen, vielen Jahren Expertin für alles rund um E-Learning, hat schon viele Systeme aufgebaut und begleitet und wird uns ihre Erfahrungen mitteilen. So schauen wir uns an diesem Tag an, was ist denn eigentlich der aktuelle Stand in der E-Learning-Entwicklung? Was ist gut angekommen, was ist gescheitert, wo fährt der Zug eigentlich hin? Wir sehen uns an, wie arbeitet denn die Pädagogik ideal mit den Programmierern, mit den IT-Abteilungen zusammen? Das heißt, wie können wir im E-Learning den Lernerfolg maximieren? Wir sehen uns an diesem Tag einige hochaktuelle Themen an, beispielsweise wie können wir die sozialen Netzwerke in unser E-Learning integrieren? Was ist eigentlich an dem mobilen Lernen dran? Verpassen wir da irgendwas, wenn wir noch nicht dabei sind? Wie funktioniert das Lernen mit dem Handy? Und zu guter Letzt zeigt uns Frau Rumler, wie man realistisch und kostengünstig ein E-Learning-System mit den vorhandenen Web-Applikationen aufbauen kann und gibt uns viele Tipps und Tricks, die uns sicherlich bares Geld sparen werden. Ich freue mich auf Sie am 25. September.